Aber weißt du, wie lange eine Minute ist? Glückliche Tage Büchner, Dantons Tod Sartre, tut unbegräblich Schneider, eine kroatische Faust Antke Kasper Brecht, zwei große Opa Olypides in Bakken Peter Beckett, warten auf Godot Kleist, das Kitschen von Heimbrunn Büchner, Leon Solena Roberto Ciulli Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017